Ok, jetzt lasst aber echt mal das mit dem beknattert da ab. Ey, da liegt noch ein String. Cool, hab's. Noch eins. Ihr lasst überall die Finger liegen. Sven, fühlst du dir scheiße, wenn wir das sagen, beknattert. Das Wort, das Wort, das Wort ist doch eigentlich kein richtiges Wort, oder? Nö. Beknattert. Ich geil mich noch den ganzen Arm daran auf. Äh, mach das. Creeper, hallo Creeper. Willst du knuttern? Nein. Nimm mal die Kleisen mit. Für was? Für die Strecke? Welche Strecke? Nach Backstadt oder was? Nein, nach... Ja, doch. Ne? Nein, von der Insel bis zur Welt. Was soll ich? Bogenschütter, Bogenschütter. Sven hat Angst. Doch, um mein Leben. Bogenschütter, Bogenschütter, Zombie. Diamonds. Ne, Diamantenmonster gibt's noch nicht. Bogenschütter! Ist da ein Spawner? Wo bist du hingelaufen? Wo bist du hingelaufen? Schatztruhe? Und hier ist ein... Hier ist ein Spawner in der Mine mit Spinnennetz. Okay, da können keine Monster kommen. Ich kriege voll Angst. Ich kriege gerade die Panik. Hui! Hier wird schafft schon. If you're becoming panic, Sven... Also, so viele Abzweigungen hab ich noch nie in meinem Leben gesehen in Minecraft. Die Spinnen können mich gleich töten. Oh, das ist Borne. Ich glaub, du bist ein Schatter, Hangover, wohho! Die Ecken abschlagen, dass man auch wieder alles sieht. Kiste! Ein Diamanten, vier Eisen, sechs Kohle, ein Brot. Ach, wups, auch zulieb. das ist gut ich bin die dunkle Seite werde nein, gut, ich sag das Kiste, 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 Kiste oh, ein Diamant vier Kürbissamen, drei Melonensamen und vier Kohle und ne Kiste super ups, ich bin gleich tot, ne ja, dann ess was warte, ich grabe mal zu dir warte, ich grabe mal zu dir warte, hier ist ein Zombie der könnte mich jetzt töten warte, ich grabe zu dir, ich rette dich ich hab deinen Namen eben gesehen ja, bleib dort einfach, bleib dort einfach, wo du bist ne, da geht's nicht lang bleib da, bleib da Leute, ich bin da ja, da, da, da spendet für Vitas Leben sind nur 10.000 Euro genau hallo Vita, Creeper Creeper ups wow, wann ist alle Creepers dann herzlichen Glückwunsch hey, wo seid ihr okay, da fährt er irgendwo komm, nein, 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 nein wo, ich werde fast in die Lava okay, lass uns mal die Lava zubauen warte, ich hab Wasser genau, mach Wasser drüber, schnell ja, das Wasser verschwindet wieder hier, das Wasser auch genau ja, Leute wo seid ihr du musst einfach den einen Weg entlang hä, du Depp, guck mal guck mal komm mal hier lang guck mal, da oben war ich ne, komm mal mit oh, leck das hier und hier geht's dann wieder zu dir guck Kiste hallo man ach, die hab ich schon das war die, die ich gefunden hab jetzt gehört hallo man oh, die hat Bogen gedrockt Creeper was sagt ihr denn ich rette dich von oben scheiße, es leckt das hört sich so zweideutig an ich rette dich von oben Spinspawner, Spinspawner Spinspawner wenn du bis ein deutsch beknattert nicht öffnen ich hab dich so was von gewahrt ich hab schon getan wir hauen sie nur da durch was seid ihr denn? es glätt auch noch komm doch schnell zurück, man knattert das Junge hinter dir ich hab gesagt, lass zu du machst doch auch wieder hoch ja, ich geh auch voran bei mir leckt's nicht bei mir Gott schon und ich weiß nicht warum ich mach den Spawner gib mal X-Koordinate ich mach den Spawner äh, warte X ist minus 830 und tschüss, Spawner nein, beweg dich nicht, Vita die fährt fast in die Lava die Spinne kann man nicht tauen die ist in der Wand verbackt da so wow, 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 wow hier ist Lava, man ich mach sie weg ja, okay ich mach's minus 830 ja wow, wenn uns den Boden oh, hier ist Eis wenn uns hier der Boden wegfackelt, ne hier unten ist auch Lava ich weiß, deswegen sag ich's ja hier können Diamanten sein Diamanten mehr als das ich hab ja genug Brett damit nehm an oh, jetzt hab ich 64 genommen das, was ich eigentlich nicht machen wollte egal jetzt haben wir wieder ein paar Fackeln genau, mach mal erstmal hier die ganze Lava zu das besteht ja hier nur alles aus Lava was haben wir denn hier für ne kack Welt erwischt Leck Achtung, Zombies hinter dir ja und ein Kuiper von oben und ne Spinne Pascal, die haben dann genug Fäden ja scheiße ich hab drei und Kraft ah, ich hab zwei Stück, oh cool ähm, ich mach uns ich mach mir mal ein Eisenswert ich werd beschossen Kuiper, ey, hilf mir der hat noch nen Bogen gedroppt ich bin jetzt schon bei minus 840 da ist Bogen, da ist ein Bogen ich mein, irgendwie ist voll, man komm her, man, hä, komm her komm her, komm her boah, nur Lava hier Pascal, beweg dich nicht ok, du kannst dich bewegen ok, das ist wahnsinnig eben hier sind nur Creepers, Zombies, Creepers, Zombies Creepers, wiederum Zombies ich brauch ein neues Schwert ok, Jungs, das war wieder wie ihr gehört ab dem Creeper und hier sind ein Creeper und drei Zombies boah, ich komm schnell zu ich esse nur noch nein, darf ich jetzt mal was essen? da ich sehe Pascals Namen ok, entweder tödlich oder lebendig ich sterbe, ne ich hab kein Schwert mehr ess doch mal was, man ja, aber ich hab essen hier, dann hier mit mein Schwert ok, schon ich mach mir ein neues ich sehe Pascals Namen ja, aber ich sehe Pascals nicht da hab ich grad mit was hier unten ich glaub ich weiß, wo ihr seid ey, du bist ein Feeler, komm her ich hab doch hier eben grad einen Creeper rumlaufen sehen hier, du warst grad ein Feeler oh ja, ich hab mich im dann warst du das ist ein Feeler und du bist ich hab mich auf dir ist Vielen Dank.